In diesem Video betrachten wir die Evolution des HTTP-Protokolls und die Verbindungseigenschaften. HTTP wurde zwischen 1989 und 1991 von Tim Berners-Lee in seiner ursprünglichen Version entwickelt. Man spricht dabei auch vom One-Line-Protokoll oder der HTTP-Version 0.9. Das ursprüngliche Ziel des Protokolls war es, HTML-Dokumente über dieses Protokoll vom Client und Server zu übertragen. Dabei geht es darum, innerhalb einer TCP-Verbindung ein HTML-Dokument vom Server zum Client zu übertragen. Es gab damals noch keine externen Dateien wie Bilder oder CSS, deshalb war das keine Anforderung des Protokolls. Generell entsprach das Protokoll aber schon dem bekannten Request-Response-Paradigma. Das bedeutet, wie im Beispiel ersichtlich, ein Client hat über einen Request-Get und die Ressource-Name, zum Beispiel hier SunPage-HTML, eine Ressource am Server angefordert. Der Server hat über eine HTTP-Response, hier ersichtlich als HTML-Dokument, den Request des Clients bedient. Wichtige Einschränkungen dieses ersten ursprünglichen Protokolls sind, dass es keine Möglichkeit gab, Metadaten zu übertragen, also die HTTP-Header. Es gab auch nur die Möglichkeit, HTML-Dokument zu übertragen, keine sonstigen Daten. Es gab keinerlei Static-Codes oder sonstiges vom Server-Response, das heißt der Client wusste nicht, ob am Server ein Fehler stattgefunden hat oder ähnliches. Des Weiteren konnte der Client auch keine Daten an den Server senden, da es nur die GET-Methode gab. Ab 1991 wurde das HTTP-Protokoll von unterschiedlichen Stellen und auch proprietären Stellen verändert. Es gab gewisse Interoperatibilitätsprobleme, da es verschiedene Webbrowser, verschiedene Server-Implementierungen gab. Erst 1996 wurde dann das HTTP-1.0-Protokoll dokumentiert, dass alle quasi diese unterschiedlichen Änderungen in einem Standard oder einer Protokollversion zusammenführten. Wichtige Änderungen dabei, die HTTP-Version wurde im Header integriert, dann wurde die Status-Line eingeführt, die im Response eben angibt, welcher Status der HTTP-Response hat. Des Weiteren wurde die Möglichkeit geschaffen, HTTP-Header hinzuzufügen, um eben Metadaten zwischen Client und Server auszutauschen. Und es gab auch den sogenannten Content-Type-Header, um eben auch neben HTML-Dokumenten andere Dateiformate zwischen Server und Client zu kommunizieren. Als Beispiel hier ein Get-Request, der die Methode Get nutzt, um diese Sum-Page-HTML abzufragen. Auch die Version des Protokolls wurde hinzugefügt in der Request-Line. Danach kommen eben die Key-Value-Pairs als HTTP-Header. All das, das auch in den neuesten HTTP-Versionen auch noch vorhanden ist. Nächster Schritt, der Response. Der Server antwortet mit einem Status-Code und einem Status-Text, die Header und auch der HTTP-Body, um eben den Payload zu übertragen. Eine wichtige Einschränkung noch des HTTP-1.0-Protokolls war es, dass für jede HTTP-Nachricht, im Prinzip oder für jeden Nachrichtenaustausch, ein Request, ein Response, eine gesonderte TCP-Verbindung aufgebaut werden musste. Also diese Verbindung konnte nicht wiederverwendet werden. 1997 wurde das HTTP 1.1-Protokoll standardisiert. Dieses Protokoll ist heute auch noch das am meisten verbreitetste. Wichtige Änderungen zu 1.0 sind, dass eine bestehende TCP-Verbindung über mehrere Request- und Response-Nachrichtenaustausche wiederverwendet werden kann. Dafür wurde dieser Keep-Aliive-Connection-Header eingeführt. Zusätzlich wurde der Host-Header eingeführt. Jeder HTTP-Request enthält den Host-Header. Dadurch wird Virtual Hosting möglich. Darüber werden wir später noch etwas genauer sprechen. Weitere Aspekte wie Caching, Content-Verhandlungen wurden eingeführt. Es wurde auch möglich, dass HTTP-Responses aufgeteilt werden in mehrere Nachrichten und das sogenannte Pipelining, über das wir noch sprechen werden. Das Ziel von Pipelining ist, dass eben mehrere Requests parallel an den Server gesendet werden können. In diesem Beispiel wird gezeigt, wie ein klassischer HTTP 1.0-Request-Ablauf aussieht, wenn eben zwei Ressourcen vom Server geladen werden sollen. Eine HTML-Seite und ein CSS-Style-Sheet in diesem Beispiel. Das bedeutet, für jede einzelne Ressource müssen im ersten Schritt die TCP-Verbindung aufgebaut werden. Hier mit den blauen Pfeilen ersichtlich. Dann wird ein HTTP-Get-Request an den Server gesendet. Der Server erzeugt eben die entsprechende Ressource oder frägt diese Ressource ab und sendet diese an den Client zurück. Nach diesem einen einmaligen Austausch von HTTP-Request und Response wird die TCP-Verbindung geschlossen. Und für die nächste Ressource, für die CSS-Ressource, muss dieser gesamte Prozess, das heißt die blauen Verbindungslinien, wie man hier sieht, wiederum ausgeführt werden. Das heißt, es ist ein Overhead ersichtlich, der durch diesen zweimaligen TCP-Verbindungsaufbau erzeugt wird. In diesem Beispiel sieht man, wie durch diese Connection-Keeper-Live-Header, die in HTTP 1.1 eingeführt wurden, eine TCP-Verbindung für mehrere HTTP-Kommunikationsstränge wiederverwendet werden können. In diesem Fall werden mehrere Ressourcen vom Client abgefragt am Server. Das bedeutet, am Client wird eine Warteschlange, also eine FIFO-Queue erzeugt, die eine HTTP-Request für jede Ressource erzeugt. Sobald ein Response für eine Ressource vom Server erhalten wird, wird die nächste Ressource abgefragt. Hier ersichtlich, im ersten Schritt wird eben eine HTML-Ressource abgefragt. Sobald diese am Client vorhanden ist, wird die zugehörige CSS-Ressource abgefragt. Erst zum Schluss, wenn beide Ressourcen abgefragt sind, wird die Verbindung geschlossen. Das bedeutet, über diese eine TCP-Verbindung können eben sequentiell mehrere HTTP-Requests und zugehörige Responses ausgeführt werden. Das aktuelle Protokoll von HTTP ist die Version 2. Diese resultiert aus Experimenten, die von Google unter dem Protokollnamen SBDI durchgeführt wurden. Das Protokoll wurde 2015 standardisiert und es gibt vier Aspekte, die die Performance deutlich verbessern. Einerseits, das gesamte Protokoll wird binär kodiert, nicht mehr in ASSI wie die 1.1-Vorgänger-Version von HTTP. Das bedeutet auch, die gesamte Nachricht kann in einzelne DataFrames aufgeteilt werden, die separat übertragen werden können. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Auch der HTTP-Header kann komprimiert werden in HTTP 2. Dies war bislang nicht der Fall, nicht möglich. Multiplexing ist möglich, das heißt, innerhalb einer TCP-Verbindung kann eine Parallelisierung von unterschiedlichen HTTP-Nachrichten durchgeführt werden. Und es gibt den Server-Push-Mechanismus. Das heißt, ein Server kann HTTP-Anfragen, die wahrscheinlich vom Client kommen werden, antizipieren und vorweg schon HTTP-Responses an den Client senden. Schauen wir uns die Idee hinter dem Request-Bipelining oder HTTP-Bipelining, das grundsätzlich mit HTTP 1.1 standardisiert wurde. In der Praxis wird dieses Verfahren aber nicht verwendet, weil es viele Probleme gibt, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Schauen wir uns an, wie das funktionieren würde. Das Ziel von diesem Pipelining wäre, dass man mehrere HTTP-Requests zusammenfassen kann und an den Server weiter senden kann. Der Server könnte dann quasi sequenziell auf diese HTTP-Requests die Responses an den Client senden. Und diese FIFU-Queue, über die wir vorhin gesprochen haben, die grundsätzlich am Client liegt, das heißt, der Client macht sich eine quasi Warteschlange für alle Requests, die er senden will, diese wird quasi auf den Server verlagert. Und der Server arbeitet diese Queue nacheinander ab und sendet dem Client alle angeforderten Ressourcen nacheinander als Responses zurück. Das Problem dabei ist, dass das sogenannte Head-of-Line-Blocking entsteht. Das bedeutet, dass die Responses sequenziell nacheinander an den Client gesendet werden und die Responses, die am größten sind und am längsten benötigen, quasi blockieren alle nachgelagerten Responses. Hier nochmal eine Zusammenfassung der Herausforderungen beim Pipelining und Probleme generell beim Pipelining. Einerseits das angesprochene Head-of-Line-Blocking, ähnlich wie an einer Supermarktkasse, alle nachgelagerten Responses müssen warten, bis der erste Response quasi fertig ist. Das heißt, ein langsam zu generierender HTTP-Response blockiert alle Nachkommenden. Durch diese Verlagerung, dieser FIFO-Queue vom Client auf den Server, muss am Server ein sogenanntes Buffering stattfinden. Das heißt, diese FIFO von Responses, die gesendet werden sollen, müssen am Server quasi gehalten werden. Dies kann natürlich zu Denial-of-Service-Angriffen führen, oder das ist ein spezieller Angriffsvektor, wenn man den Server quasi mit einer Menge von Requests bombardiert und diese dann am Server gebuffert werden müssen, kann dies natürlich zum Beispiel zu einem Memory-Overflow führen. Wichtiges oder schwieriges oder schwieriges Problem ist auch, wenn ein Response am Server verloren geht, muss dieser vom Server gänzlich neu angefordert werden. Und das Pipelining muss auch von allen Proxys quasi, die zwischen Server und Client liegen, unterstützt werden. Das kann sein, dass gewisse Proxys dies nicht unterstützen. Und da ist es dann ein schwieriges Problem, einen Pfad zwischen den Proxys zu finden, wo alle Proxys das Pipelining unterstützen. Das heißt, sinnvoll kann dieses HTTP 1.1 Pipelining nur eingeführt werden oder angewandt werden, wenn quasi die ganze Fahrt zwischen Server und Client kontrolliert werden von einer Stelle. Als ein populäres Beispiel gilt iTunes, die eben HTTP 1.1 Pipelining anwenden. Die Probleme, die mit HTTP 1.1 Pipelining entstanden sind, werden grundsätzlich im Multiplexing-Verfahren, das mit HTTP 2 eingeführt wird, gelöst. Wie schon angesprochen, wird die gesamte HTTP-Nachricht binär kodiert und die gesamte Nachricht wird in einzelne Frames aufgeteilt. Rechts im Bild sieht man das. Das heißt, diese gesamte HTTP-Nachricht wird eben in einzelne Frames eingeteilt. Jedes Frame besitzt auch einen sehr knappen oder sehr dicht gefüllten Header mit einer Laufnummer und ein paar Informationen, um zu überprüfen, dass es keinen Verbindungsfehler gegeben hat. Und diese einzelnen quasi Frames sind sehr klein und können als einzelnes quasi übertragen werden. Und über dieses Framing kann eben auch Multiplexing realisiert werden. Das heißt, wenn jetzt mehrere parallele HTTP-Nachrichten vom Client an den Server oder vom Server an den Client gesendet werden, können diese einzelnen Frames sequenziell an den Server oder an den Client gesendet werden. Und es muss nicht mehr quasi eine gesamte Nachricht erst versendet werden, bis die nächste quasi gesendet wird, also eine Sequenz, sondern die einzelnen Frames der einzelnen Nachrichten können quasi gemischt nacheinander über die Verbindung gesendet werden und somit entsteht eine Parallelisierbarkeit des Nachrichtenaustauschs. Dies wird als Multiplexing bezeichnet, wie hier unten ersichtlich in dem Bild, wo eben einzelne Frames erst durch den Multiplexer gehen und dann wieder zusammengeführt werden. Nochmal dargestellt, dass das Ziel von Pipelining, also das mit HTTP 1.1 eingeführt wird, wäre ja, dass die HTTP-Nachrichtenaustausch parallelisierbar ist. Das wäre grundsätzlich möglich. Jetzt entstehen eben diese Probleme am Server. Mit Multiplexing wird quasi dieses Problem gelöst, da eben die einzelnen Nachrichten in Frames aufgeteilt werden und somit parallelisierbar über eine DCB-Verbindung gesendet werden können. Ein weiterer Aspekt, der mit HTTP 2 eingeführt wurde, ist HTTP Server Push. Mit dieser Methode wird quasi am Server, wenn der erste Request für den Client erzeugt wird, das hatten wir ja schon gesehen, der erste Request enthält meist das HTML-Dokument, in dem sich viele weitere Links auf Ressourcen enthalten oder weitere Links auf Ressourcen enthält, die für die Darstellung der Website auch benötigt werden. Diese Ressourcen sind ja dem Server bereits bekannt. Er kann ja das HTML-Dokument auch barsen. Wenn er dies tut, kann er antizipieren, welche HTTP-Requests wohl als nächstes vom Client an ihn gesendet werden. Und somit könnte er diese bereits an den Server, an den Client senden, ohne dass er den Request vom Client bekommt. Der Client kann dies grundsätzlich akzeptieren, kann es aber auch ablehnen, diese antizipierten HTTP-Responses. Wichtig, Server Push ist nicht zu verwechseln mit Server Send Events. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass ein Server HTTP-Nachrichten an den Client senden kann, ohne dass es eben hier einen konkreten Anlassfall gibt. Das ist aber eine andere Technik. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Das HTTP 1.1-Protokoll ist heute noch das am weitesten verbreitetste. Ein wichtiger Aspekt dabei ist diese Connection Keeper Live, dass eine TCP-Verbindung für mehrere Nachrichtenaustausche zwischen Client und Server verwendet werden kann. Das Pipelining, das auch mit HTTP 1.1 eingeführt wurde, hat viele Herausforderungen, die eigentlich in der Praxis dazu geführt haben, dass das Verfahren nicht eingesetzt wurde. Mit HTTP 2 wurden genau unter anderem diese Probleme des Pipelinings verbessert. Neben dem wurde das Binär-Codieren, das Komprimieren von HTTP-Headern, das Multiplexing und das Server-Push-Mechanismus eingeführt. das Boot-Headern begriffen. Das kann man auch mit